So, danke lieber Ernie, dass du mich auch nominiert hast. Aber ich bin ja keine Pussy und kippe nur 10 Liter Wasser über den Kopf. Wir brauchen jetzt nur was richtiges. So, danke. So, die Versuchsanordnung ist aufgebaut. Hinten schön zu sehen. Da. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Überladung. So, die Klümpchen sind einigermaßen aufgelöst. Und jetzt geht's los. So, ich nominiere als Nächste meinen alten Kumpel den Rütter Klaus, den Eike Moes und meine Lieblingsnichte, die Laura Link. Viel Spaß. Ihr habt vielen so eine Stunde Zeit.